ja moin leute willkommen auf einem kanal willkommen zu barkhafts ganz besonderer tag heute denn wir haben wieder ein technisches video für euch technische videos bei uns zeichnen sich ja dadurch aus dass die extrem tief reingehen in die materie und man wirklich ich sag mal alle fragen die es so gibt zu einer waffe waffen system fahrzeug flugzeug keine ahnung in diesem video beantwortet bekommt so und auch diesmal hat sich der alex da rein gewühlt in das thema und zwar hat er einmal die panzer schreck und die bazooka beleuchtet und die quasi so nebeneinander mal dargestellt entwicklung einsatz warum ist das so gekommen was kann die eine was kann die andere die ich sag mal die pack des kleinen mannes und ich sag mal so da sind wirklich von höckchen auf stöckchen alle informationen dazu sind zusammengetragen worden und ich glaube nicht und da kann man mich sicherlich eines besseren belehren ich glaube nicht dass man im deutschen youtube historik historischen youtube bereich ein video findet dass dieselbe klasse hat wie dieses video ich will dass ich will mich da jetzt nicht loben sondern da lobe ich natürlich den alex was der zusammengetragen hat ist wirklich der wahnsinn und wie gesagt ist es ist ja immer in der regel so dass der autor den ich sag mal die die lorbeeren erntet und nicht der das hier vorträgt also das wo sie ganz ehrlich sagen ist wirklich gut geworden sicherlich auf englischen oder also englischsprachigen kanälen gibt es ich glaube ähnliche berichte über die bazooka und den das ofenrohr oder panzer schreck oder wie wir es auch immer nennen wollen da kommen wir nachher noch mal zu aber das ist wirklich was was einen abholt und ich muss euch sagen das geht eine stunde das könnt ihr euch aber auch wirklich eine stunde angucken weil es ist wirklich super interessant so genug des lobes würde mich freuen wenn ihr einen guten kommentar oder wenn ihr einen kommentar da lasst ob ich das gefallen hat natürlich daumen hoch wäre super wenn ihr noch nicht abonnent seid natürlich ein abo hilft dem kanal die sichtbarkeit zu steigern und wir würden uns natürlich freuen und solltet ihr tatsächlich einen fehler finden was ich nicht glaube aber soll es dann noch so sein nennt bitte dann auch die quelle wo ihr das gefunden habt das sehr ganz lieb in diesem sinne noch mal ein riesen dank an den alex für die wahnsinnig aufwendige recherche in diesem bereich und deswegen fangen wir jetzt auch an los geht's wie der titel andeutet wollen wir euch heute zwei der wichtigsten und bekanntesten panzer abwehr handwaffen des zweiten weltkrieges vorstellen die unmittelbar miteinander verwandt sind und dennoch von der jeweils anderen seite entwickelt und eingesetzt wurden das erlaubt uns einen blick in die gedankenwelt der amerikanischen und deutschen ingenieure und soldaten die mit entwicklung dieser waffe betraut waren ebenso wie auf die erfahrung welche jene männer machten die sich damit den feindlichen stahlkolossen entgegen stellten um die entwicklung der raketenpanzer büchse 54 zu verstehen müssen uns zunächst nach amerika begeben und die geschichte der bazooka anschauen die us army war nach dem ersten weltkrieg wieder massiv geschrumpft und auch technologisch in vielen bereichen hinter die großen europäischen streitkräfte zurückgefallen bezug auf doktrinen und ausstattung orientierte man sich in teilen an frankreich zu dessen militär gute beziehungen bestanden so mussten die verantwortlichen der us army zu beginn des zweiten welten brandes resigniert feststellen dass man in einer ähnlichen situation wie bereits vor dem eintritt in den großen krieg weniger als drei jahrzehnte zuvor war ein hauptmangel war die panzer abwehrfähigkeit der infanterie anders als die meisten armeen in europa besaß man keine panzerbüchsen und setzte hier in erster linie auf das schwere m2 maschinengewehr welches john browning 1917 1918 analog zum deutschen konzept des tank und flieger gewehrs maschinenkaliber also kaliber 13,92 entwickelt hatte allerdings war schon 1939 bereits absehbar dass das kaliber 50 also 12,7 x 99 nicht mehr zuverlässig gegen panzer wirken würde noch dazu verfügten die us infanterie gruppen und züge nicht über die schwere unterstützungswaffe eine mögliche lösung erscheint in form einer vermeintlich neuen entwicklung aus der schweiz hier hatte der ingenieur heinrich mohaupt eine granate entwickelt die auch stärkste panzerung zu durchschlagen versprach in kooperation mit dem industriellen edgar brand entwickelte er eine gewehrgranate zur panzerbekämpfung für die französische armee nach dem fall frankreichs boten brand und mohaupt ihre entwicklung mit billigung der vichy regierung den streitkräften in großbritannien und den usa an wirklich neu war die idee monhaupts allerdings nicht seine granate basierte auf dem seit längerem bekannten monroe beziehungsweise in damaligen europa besser als neumann effekt bekannten prinzip heute allgemein als holladungsprinzip bezeichnet die britische armee stellte die umarbeit mit mohaupt recht schnell ein anders die us army mohaupt reiste 1940 in die usa und präsentierte seine entwicklung auf dem testgelände aberdeen in maryland wichtig ist dabei zu erwähnen dass eine elementare verbesserung der holladungs munition insgesamt möglicherweise auf mohaupt zurückgeht das auskleiden der ladung mit einem material welches bei der detonation den eigentlichen stachel bildet bis dato hatte man die sprengladung nur ausgekleidet um den sprengstoff vor witterungseinflüssen und beschädigung zu schützen erst nach der feststellung dass mit glas und blech ausgekleidete ladung eine viel größere durchschlagsleistung zeigten erforschte man das phänomen näher ob nun dr mohaupt oder dr franz tomakel mit seinem kollegen brandmeier das prinzip zuerst erkannten ist bis heute nicht abschließend geklärt fest steht dass diese innovation durch mohaupt in die usa gelangte in höchster eile entstand mit dem im januar 1941 eingeführten gewehrgranaten system m9 eine holladungsgranate nach dem konzept mohaupt allerdings erreichte die 590 gramm schwere granate mit ihren 130 gramm sprengstoff nur eine durchschlagsleistung von maximal 32 mm allen beteiligten war klar dass diese leistung im realen einsatz nicht ausreichen würde die daraufhin entwickelte größere variante m10 durchschlug zwar bis 50 mm panzerstahl war jedoch so schwer dass sie mit dem ordnanzgewehr m1 garan nicht verschossen werden konnte als lösung wurde versucht sie mit dem schweren m2 maschinengewehr zu verschießen allerdings zeigten versuche nicht nur dass dabei die mg's beschädigt wurden sondern man stand auch wieder von dem alten problem dass den infanterie kompanien keine eigene panzerabwehrwaffe zur verfügung stand die lösung kam wie so oft durch die innovationskraft und den einsatz einiger weniger soldaten in kombination mit dem berühmten quäntchen glück und zufall der amerikanische wissenschaftler und raketenpionier robert hutchings goddard hatte bereits im jahr 1918 der us army sein konzept der rocket gun vorgeführt dabei nutzte er ein 1 meter 70 langes rohr mit verschiedenen durchmessern also von 25 mm bis 76,2 mm um daraus raketen getriebene geschosse von 600 gramm bis zu rund 8 kg zu starten bei einer vorführung 1918 in aberdeen bemerkte ein anwesende offizier bereits beiläufig dass man damit vielleicht die neuen tanks bekämpfen könnte allerdings endete der krieg kurz darauf und das konzept wurde nicht weiter verfolgt ein student goddards claren's hickman vergaß diese idee jedoch nicht und verfolgte die raketentechnologie bei seiner arbeit für die us navy auf dem ebenfalls in maryland gelegenen testgelände in indian head weiter das interesse der us army an raketen war gelinde gesagt minimal jedoch gründete man 1933 innerhalb des ordnance department eine abteilung für raketenentwicklung diese bestand aber bezeichnenderweise nur aus einem einzelnen offizier hauptmann leslie skinner dieser ehemalige pilot und ingenieur war ein großer befürworter der raketentechnologie und alle selbst auf grundlage von goddards arbeiten raketenwerfer für flugzeuge entworfen und getestet durch diese arbeit war skinner hickman bekannt während man bei der us army immer noch nach einem werfer für die m10 granate suchte zeigte skinner dem leiter der patent abteilung des ordnance department gregory kessenich seine idee für ein raketen startrohr mit elektrischer zündung es war kessenich der aufgrund seiner position den einzigartigen überblick über die verschiedenen laufenden projekte hatte er war es der den anstoß zur kombination des hohladungsgeschosses mit dem raketen antrieb gab er informierte skinner im april 41 über die m10 granate skinner arbeitete unterdessen unablässig an der verbesserung des raketen motors da dieser für den geplanten zweck nicht schnell genug abbrannt im juni wurde leutnant edward yule skinner zugeteilt und verdoppelte so die größe der abteilung yule übernahm die arbeiten zur verbindung von sprengkopf und antrieb wobei er von hickman beraten wurde im frühling 1942 erhielt oberstleutnant moore leiter der abteilung kleinwaffen im ordnance department kenntnis von skinners und jules arbeit er sorgte dafür dass die ersten prototypen des neuen geschosses aus m10 und raketenmotor im frankfurt arsenal in pennsylvania gefertigt wurden im mai 42 fertigte jule einen passenden werfer er bestand aus einem simplen rund 1,50m langen rohr mit einem durchmesser von rund 6 cm das die rakete aufnehmen konnte skinner besorgte den kolben das griffstück mit abzug und den vordergriff einer thompson maschinenpistole also einer tommigun nachdem sie eine elektrische abzugseinrichtung hinzugefügt hatten begannen die ersten tests zunächst trug jule zum schutz beim schießen noch eine schweißermaske doch schon nach kurzer zeit verzichtete er darauf noch im mai stand in aberdeen eine vergleichsvorführung verschiedener konzepte für die dringend benötigte neue panzerwaffe der infanterie mit den generälen leslie mcnear commander army ground forces and gladden barnes chef des ordnance departments waren zwei der wichtigsten entscheidungsträger für das beschaffungswesen der us army anwesend skinner und jule waren mit ihrem konzept zwar nicht eingeladen und hatten auch keine offizielle erlaubnis zur teilnahme das hielt sie doch nicht davon ab anzureisen und sich mit ihren als t1 bezeichneten werfer in die gruppe von präsentatoren einzureihen alle fünf konkurrenzentwürfe beruhten auf dem konzept des zapfenmörsers also spy god mortar ein prinzip für das sich letztlich auch die briten mit ihrer piat entscheiden sollten dazu machen wir aber noch mal ein extra piat video die testaufgabe bestand darin einen m3 medium panzer in querfahrt mit übungs munition zu treffen eine aufgabe die an diesem tag nur jule mit dem t1 gelingen sollte dafür jedoch bereits bei dem ersten schuss um diese leistung einschätzen zu können sind zwei informationen relevant jule kannte die ungefähre geschwindigkeit welche der panzer fuhr ebenso wie die grobe entfernung zum ziel er hatte schlicht vor beginn der übung vermutlich bei einer zigarette den fahrer des panzers gefragt wie dessen anweisungen lauteten im anschluss hatte der gewitzte ingenieur den nötigen vorhaltewinkel berechnet trotz dieses wissen vorsprung ist war der erfolg keineswegs sicher so hatte der t1 keinerlei visiereinrichtung zur entwicklung montage und justierung einer seuchen war keine zeit geblieben jule improvisierte kurzerhand ein visier aus einem alten nagel und den rest eines gebrochenen drahtkleider bügels nachdem jule mit den ersten von neun vorhandenen raketen auf anhieb ein treffer landete waren die bis dato enttäuschten beobachter aus dem häuschen general mcg near der ranghöchste soldat vor ort trat auf jule zu und fragte ihn ob er sich auch einmal an diesen seltsamen dingen ausprobieren dürfe der general leutnant also drei sterne hielt sofort seine chance und war sichtlich beeindruckt ihm folgte sogleich general barnes und einige weitere offiziere wobei es barnes war der beim studium der waffe festhielt das ding sieht aus wie die besucher von bob burns burns war ein bekannter musiker und komiker er hat im ersten weltkrieg als freiwilliger im us marine corps gedient und war für sein selbstgebautes blasinstrument die bazooka bekannt nach diesem erfolg wurden die waffen bereits eine woche später dem chief of staff of the army george c marshall präsentiert bei dieser vorführung in fort sims war auch eine delegation der britischen und der sowjetischen armee anwesend marshall gab umgehend die fertigung von 5000 werfern und 25.000 raketen in auftrag die sofort gemäß land and lease an die beiden verbündeten gehen sollten mit der weiterentwicklung bis zur serienreife und anschließenden herstellung wurde wie im us-beschaffungssystem üblich die industrie beauftragt im falle der bazooka war das general electric im werk in bridgeport connecticut hielt der ingenieur james e powers den auftrag aus dem kruden t1 eine waffe zu entwickeln die nicht nur fronttauglich war sondern auch im industriellen maßstab produziert werden konnte powers als der wohl am wenigsten bekannte man hinter der waffe schuf gemeinsam mit dem experten des ordinance departments bis zum 24.06.1942 die heute ikonische bazooka die waffe selbst wurde schließlich als m1 anti tank rocket launcher die dazugehörige rakete als m6 anti tank rocket bezeichnet schon am 30.06.1942 erging eine weitere bestellung über 15.000 werfern für den bedarf der us-army selbst und die produktion lief an allerdings war die ausgabe an die truppe verfrüht worauf general barnes auch hingewiesen hatte seine vorbehalte wurden jedoch nur insoweit beachtet dass die durch das ordinance department gemachte änderung oder die änderungsvorschläge in die produktion mit aufgenommen wurden somit lief man den fehlern und mängel der waffe zunächst hinterher anstatt diese im vorfeld zu beseitigen weiter gab es verzögerungen bei der beschaffung der benötigten stahlrohre dennoch lief die produktion schließlich an die neue waffe unterschied sich deutlich vom ursprünglichen t1 so hatte man das rohr auf 1m 38 gekürzt was später zu problemen führen sollte die angriffe an der kolben aus holz waren in verfeinerter form erhalten geblieben der große kolben nahm nun die energiequelle bestehend aus zwei batterien also c zellen auf wobei im batteriefach neben den zwei arbeitsbatterien noch zwei ersatz batterien verstaut waren in der rechten seite des kolbens saß jetzt eine kleine kontrolllampe zur prüfung des stromkreises die visiereinrichtung bestand nun nicht mehr aus einem nagel und kleiderbügel sondern einem auch als mündungsschoner aufgeführten visier mit vier körnern für 100 bis 400 yards die kimme war als diopter ausgeführt wobei die ersten modelle noch eine beidseitige visierung hatten welche schnell eingespart wurde das war der grund warum die bazooka nur noch von rechts schützen genutzt werden konnte das rohe ende erhielt einen einfachen schutzring aus draht dort saß auch die halte und kontaktklemme welche in die blanken aussparung in den finnen der rakete griff und somit nicht nur ein herausrutschen verhinderte sondern sogleich den stromkreis schloss ein kupferring am gefechtskopf bildete den vorderen kontaktpunkt zum schutz von schulter und wange des schützen konnte ein hitzeschutzblech unmittelbar vor der kontaktbox auf das rohr gekriegt werden das große problem stellt zu beginn der raketen treibsatz dar dessen abbrennverhalten war sehr temperaturabhängig was bei extremen klima eine große gefahr darstellen konnte und so gab es im frühling des jahres 1943 mehrere teils tödliche unfälle bei der ausbildung in trainingslagern in den us-südstaaten bei den dort herrschenden hohen temperaturen brannte der treibsatz schneller ab was zu druckspitzen im rohr führte und dieses im schlimmsten fall sprengte daraufhin wurde die produktion kurzzeitig gestoppt und der einsatz der waffen nur noch im gefecht erlaubt eine sofortmaßnahme war der befehl die treibladung in der rakete zu verringern letztlich stellte sich aber heraus dass man von seiten das ordnance department eine schwächere stahlsorte für die produktion der serienrohr genehmigt hatte der schwächere stahl hatte versagt der gefährdete bereich des rohres wurde nun mit einer umwicklung aus hochfestem stahldraht verstärkt das zwang aber zur teilweise umgestaltung der elektrischen abfeuerung der kleine schaltkasten mit kontakt des m1 entfiel stattdessen wurde jetzt jede der als m6 a1 bezeichneten raketen modifiziert das kabel welches den zündimpuls übertrug verlief nicht mehr vom kupferring an der spitze nach hinten sondern wurde nun einfach im heck verstaut und mit einem stück klebeband gesichert vor dem schuss zog der ladeschütze das kabel heraus verband das blanke ende mit einer der beiden ebenfalls neuen kontaktklamm am rohrende und machte die waffe so schussbereit ein anderes problem der waffe wurde so jedoch nicht gelöst so hatten die GIs in tunesien feststellen müssen dass besonders bei geringer außentemperatur der treibsatz deutlich langsamer abbrannte was dazu führte dass der schütze durch die abgasflamme und besonders durch die unverbrannten partikel des treibsatzes gefährdet wurde verstärkt wurde dieser effekt noch durch die tatsache dass deutlich kürzere rohre im vergleich zum th1 prototyp genutzt wurden als sofort maßnahme wurde dem schützen befohlen handschuhe und gasmaske zu tragen auch wurde ein einfacher gesichtsschutz entwickelt und ausgegeben eine dauerhafte lösung stellte dann ein maschendraht schirm da welche auf die mündung aufgeschoben wurde dieser schirm wurde aber häufig durch die soldaten entfernt oder ging schlicht verloren die vielen änderungen führten dann zum modell m1 a1 welches auch durch nachrüstung älterer m1 zur standardausführung der früheren bazooka wurde kommen wir mal zum einsatz und der weiterentwicklung im september 1942 erreichten die ersten 600 m1 die britischen truppen in nordafrika die führung vor ort entschieden jedoch dass die bazooka für den wüstenkrieg ungeeignet sei und so verschwanden die waffen in depots hinter der front die bazooka kam kaum durch britische truppen zum einsatz zwar lieferten die usa über 2000 werfer und 86.000 raketen diese wurden aber größtenteils eingelagert eine unbekannte zahl wurden durch die briten an den französischen widerstand geliefert somit fand der erste kampfeinsatz dieser heute untrennbar mit der us-armee verbundenen waffe vermutlich durch die sowjetische rote armee statt die sowjetunion hatte mitte 1942 ebenfalls eine kleine zahl von werfern erhalten die rote armee testete diese waffe und erprobte sie vermutlich auch im gefecht jedoch wurden die waffen durch die rote armee als ungeeignet eingestuft und nicht an die truppe ausgegeben sowjetische tests hatten eine deutlich geringere durchschlagsleistung ergeben als von der us-armee angegeben die ursache war vermutlich dass die amerikaner auf senkrechte panzerplatten schossen und die sowjets hingegen abgeschrägte platten als ziele nutzten letztlich erreichten rund 3000 werfer aber nur 8500 raketen die sowjetunion in der roten armee war man dank dieser riesigen mengen an panzerbüchsen also ptrd und ptrs sowie großen mengen an erbeudeten deutschen panzerfäusten über 900.000 bis kriegsende nicht auf die dort unbeliebte bazooka angewiesen auch die briten ersetzten ihre boys büchse durch die selbstentwickelte piat der legendäre george burling jared welcher für das us ordnance department während des krieges sowohl als verbindungsoffizier zu den verbündeten als auch bei der bewertung und analyse von feindlichen waffen tätig war gaben nach dem krieg an die wehrmacht hätte ihre erste bazooka an der ostfront erbeutet nicht wie allgemein angenommen in tunesien sicher ist dass der wehrmacht auf beiden kriegsschauplätzen bazookas in die hände fielen im november 1942 ging eine forderung des airborne command an das ordnance department für eine variante der bazooka welche zerlegbar oder besser noch faltbar sein sollte da sich diese waffe für die fallschirmäge im flugzeug und beim sprung als sehr sperrig erwiesen hatte der erste prototyp mit einem zweiteiligen rohr war im februar 1943 fertig gestellt die neue variante wurde als rocket launcher m9 eingeführt jedoch nur für die luftlandetruppen da man in der armelführung befürchtete die m9 sei zu fragil für den einsatz bei der regulären infanterie etwa zu dieser zeit häuschen sich klagen von der front über die unzuverlässigkeit der batterie betriebenen abfeuerung batterien waren an der front stets mangelware im pazifik kam auch noch die hohe luftfeuchtigkeit dazu so entschied man sich die batteriezündung durch ein magnet zünder zu ersetzen gleichzeitig wurden die stimmen die eine ausgabe des zerlegbaren m9 werfers an alle einheiten forderten immer lauter so viel mit einführung des m9 a1 zerlegbar und mit magnet zündung die entscheidung alle m1 a1 und m9 durch den neuen m9 a1 zu ersetzen dieser version wurden bis ende des krieges 198.799 stück gefertigt bei m9 und m9 a1 entfielen der holzschaft er wurde durch eine schulterstütze aus gebogenem blech ersetzt die offene visierung wurde durch ein optisches visier der firma polaroid ersetzt da sich die entwicklung des sogenannten t90 visiers bis september 44 verzögerte kam als zwischenlösung das t43 bar sight zur anwendung parallel zu den werfern wurden auch die raketen verbessert so kam nach der m6 und der m6 a1 im august 43 die m6 a3 zur einführung sie unterschied sich optisch durch die abgerundete spitze diese neue form sollte ein häufiges und bereits durch die rote armee erkanntes problem lösen die spitze m6 a1 neigte beim auftreffen auf schräge panzerung zum abgleiten und prallte so oft harmlos vom ziel ab die bazooka war im jahr 45 keine adäquate antwort auf die schweren deutschen panzer mehr auch wenn sie unter idealbedingungen etwa den panzer 5 panther an allen stellen außer der frontplatte durchschlagen konnte und es die eis auch glückte den ein oder anderen königstiger damit auszuschalten noch im april 1945 führten die US army die letzten versionen der ursprünglichen bazooka den m18 ein von den 500 produzierten exemplaren ging noch 350 an einheiten im pazifik kamen wohl aber nicht mehr zum einsatz der weg zum panzer schreck auch wenn heute die panzer truppe und das schlagwort blitzkrieg das populär historische bild der wehrmacht in der frühphase des zweiten weltkrieges prägen stand auch das deutsche heer vor der herausforderung seine infanterie mit einer effektiven waffe gegen die feindlichen kampfwagen auszurüsten zogen die wehrmacht soldaten zunächst mit übergroßen gewehren also panzerbüchsen ins feld standen ihnen am ende des krieges mit der panzerfaust und der als panzer schreck bezeichneten raketen panzerbüchse 54 waffen zur verfügung die es einem einzelnen soldaten tatsächlich ermöglichten ein stahlkoloss von 30 oder mehr tonnen zu vernichten ohne sich in einem himmelfahrtskommando mit irgendeiner oft improvisierten sprengladung unmittelbar auf den panzer zu stürzen auf dem weg zum panzer schreck möchten wir die gelegenheit nutzen euch die verschiedenen waffen und konzepte vorzustellen welche dessen entwicklung vorausging beziehungsweise sie erst ermöglichten wie bereits angedeutet nutzte die wehrmacht zunächst wie viele armeen der zeit sogenannte panzerbüchsen ein waffentyp der seinen ursprung im deutschen tankgewehr des ersten weltkriegs findet damals schuf man bei mauser in oberndorf ein übergroßes gewehr welches die bereits entwickelte patrone kaliber 13 x 92 hr verschoss die patrone war für das maschinengewehr 18 tank und flieger vorgesehen ein schweres mg zur bekämpfung sowohl der horden von feindlichen tanks als auch der immer stärker geschützten feindlichen flieger die panzerbüchsen 38 und ihr vereinfachter nachfolger 39 der wehrmacht setzten nicht wie ihr urahn und viele ausländische panzerbüchsen zu der zeit auf ein großes kaliber sie verschossen die patrone 318 im kaliber 792 x 94 welche auf der alten 13 x 92 mm des t-gewehrs aufbaute also ein geschoss im gleichen kaliber wie der karabiner 98k jedoch aus einer um ein vielfaches größeren patronen hülse durch die geringe geschoss masse verbunden mit der großen treibladung erreichte das geschoss die damals enorme mündungsgeschwindigkeit von 1000 meter pro sekunde was zu einer durchschlags leistung von 25 mm bei 30 grad auf 300 meter führte diese leistung sollten aber schon 1940 in frankreich nicht mehr ausreichen um sich den feindpanzern erwehren zu können die erfahrungen des jahres 41 in russland zeigten dann dass die panzerbüchsen genauso obsolet waren wie die panzerabwehr geschütze vom kaliber 3,7 also die pak 36 3,7 man baute die panzerbüchse 39 um damit konnten dann hohladungsgranaten verschossen werden die aber selbst keine ausreichende wirkung zeigten dann war es auch egal ob man sie mit der umgebauten signalpistole also mit der sturmpistole dem k 98k also mit dem wurfbecher oder eben mit der granatbüchse verschoss so musste sich der ganze an ostfront mit einem sammelsurium an panzernahkampfmitteln gegen den russischen panzer erwehren ein gefährliches unterfangen das nur dann aussicht auf erfolg hatte wenn die panzer in kleinen gruppen und ohne deckung eigener infanterie angriffen ein nachfolger für die panzerbüchse 38 39 hatte man bereits im westfeldzug erprobt die ersten 90 vorserien exemplare der schweren panzerbüchse 41 kurz 2,8 cm spz b 41 waren im september 41 ausgeliefert das konzept dieser waffe ging auf ein patent von karl puff aus dem jahre 1903 für konische geschützrohre zurück der ingenieur hermann gerlich war es der mit seiner in dänemark gegründeten firma halgar im jahr 1927 und 28 dieses konzept wieder aufgriff er ließ sich seine ultra projektile also ultra 1 und 2 unter anderem in den usa patentieren und versuchte militärische interessenten zu finden gerlich verstarb dann schon 1934 doch sein ehemaliger assistent dr hans neufeld führte die arbeiten bei der firma polte welche auch schon die tuf patrone 1392 entwickelt hatte fort die spz b 41 verschoss quetsch geschosse mit einem wolfram kapit kern im kaliber 2,8 cm wobei die stülpen aus weichmetall im konischen lauf eingedrückt wurden und ein geschoss von nur noch zwei zentimeter kaliber an der mündung austrat dieses verfahren führte zu enormen mündungsgeschwindigkeiten wir reden hier von 1400 m pro sekunde unterbrachte durchschlags leistung von 60 mm auf 100 mm und immerhin noch 20 mm auf 1000 m die waffe und das konzept hatte jedoch viele nachteile so war das wort schwer in schwere panzer büchse ernst gemeint die waffe im grunde ein kleines geschütz brachte es je nach genutzter lafette bis zu 223 kilogramm auf die waage zum vergleich die panzer büchse 39 wog 12,6 kilo und die 3,7 cm pack 36 450 kilo die entscheidenden schwachpunkte waren jedoch der hohe verschleiß der teuren konischen rohre circa 500 schuss lebensdauer und die abhängigkeit von wolfram kabit für die geschoss kerne am 22 juni 1941 also angriff auf die sowjetunion feldzug barbarossa waren lediglich 178 stück in der gesamten wehrmacht vorhanden neben der standard lafette kam noch eine für die fallschirmiger gedachte variante mit kleinen ballon reifen zum einsatz daneben montierte man sie auch auf fahrzeuge wie dem spw also sonder kfz 250 11 oder im leichten spähwagen sonder kfz 221 so erhielten die mod und kratzschützen bzw panzer aufklärer eine eigene mobile panzer abwehr schon mitte 1943 war allerdings auch dieses obsolet und auch kriegswirtschaftlich nicht mehr tragbar somit wurde die produktion im september 43 eingestellt bei kriegsende waren noch 843 exemplare im bestand wie bei den kriegsgegnern im westen führte die suche nach einer leichten durch den einzelschützen trag und nutzbaren panzer abwehrwaffe zu einer lösung unter nutzung des holladungs prinzips seit frühjahr 1942 arbeitete man bei der firma hasag an der zunächst als faustpatrone bezeichneten panzerfaust wer es noch weiß darüber haben wir bereits ein eigenes video erstellt also die panzerfaust sollte zum synonym für panzerabwehr handwaffen werden sie hatte jedoch viele nachteile der größte lag eine geringen reichweite von zunächst 30 später 60 metern bei der konkurrenz namentlich der firma wasag arbeitete man ebenfalls seit 41 an einem werfer zum verschießen von holladungsgranaten der ursprünglich als ersatz für die unzureichende pack 36 gedacht war dort entstand unter der leitung von dr erich holt der 8,8 cm raketenwerfer 43 puppchen und hier weise ich noch mal darauf hin nicht püppchen auch diese waffe wirkte wie die schwere panzerbüchse 41 also die spzb 41 wie eine miniatur als geschütz wurde aber vom schützen freigerichtet und verschoss die flügelstabilisierte holladungsgranate a 43 12 aus einem glatten rohr damit konnten 150 bis 180 mm panzerstahl durchschlagen werden die effektive reichweite lag hier bei zirka 250 metern die höchst schussweite bei rund 700 metern zwar wurden die ersten werfer in aller eile im oktober 43 teilweise auf dem luftweg an die ostfront geliefert wo sie vor allem die panzerbüchsen bei der infanterie ersetzen sollten jedoch verzögerte sich die produktion der granaten massiv so dass erst im märz 44 die ersten 19.000 granaten an die front kamen im einsatz bewährte sich der erwerfer 43 gut dennoch hatte man in der zwischenzeit sowohl in tunesien und vermutlich auch im süden der ostfront exemplare der us amerikanischen bazooka erbeutet nach einer erst vorführung im märz 43 bei der auch die ersten beiden modelle der späteren panzerfaust präsentiert wurden bei der heeresversuchsstelle kummersdorf wurde das erprobt die ergebnisse führten zur entwicklung der raketen panzerbüchse 54 alias panzer schreck und zur einstellung der fertigung des airwerfers 43 das puppchen erschien im vergleich zu bazooka geradezu aberwitzig groß schwer und komplex so war der airwerfer 2,87 m lang bog mit rattlerfette und schutzschild bis zu 149 kg bedient wurde er durch mindestens drei mann das geschütz alleine bestand aus 38 einzelteilen dem gegenüber stand mit der bazooka ein rund 1,40 m langes rohr mit einer simplen batterie elektrischen zündung und einem gewicht von rund 6,5 kg im geladenen zustand das war schon ein unterschied so dann kommen wir mal zur entwicklung der raketen panzerbüchse 54 die schnelle entwicklung der deutschen bazooka in nur rund sechs monaten wurde überhaupt erst durch das vorhandensein von zwei bereits erwähnten waffen möglich erstens der us bazooka und zweitens des ebenso wichtigen airwerfers puppchen so stammte zwar das konzept eine hohladungsgranate mit hilfe eines raketentreibsatzes aus einem einfachen startrohr von der schulter zu verschießen von der bazooka die im gesamtkonzept entscheidende komponente also das geschoss selbst aber ging unmittelbar auf die 8,8 cm raketen panzerbüchsen granate 43 12 zurück welche für den airwerfer 43 entwickelt worden war die erste frage bei der entwicklung der waffe war die nach dem zündsystem sollte man batterien wie bei der us bazooka nutzen oder nicht diese idee wurde in anbetracht der erfahrung im russischen winter 41 42 verworfen es folgten versuche einer klassischen abfeuerung per zündhütchen und diese entwickelte man wie beim airwerfer 43 und auch bei der granate 43 12 oder 43 12 genutzt wurde aber auch das war nicht von erfolg gekrönt die lösung brachte wie häufig ein kompromiss man schuf einen mechanischen abzugsmechanismus der wiederum auf einen sogenannten stoßgenerator wirkte welche den impuls für die elektrische zündung erzeugte dabei wurde die feder gelagerte stoßstange gespannt und beim entspannen also betätigen des abzuges auf den generator geschlagen somit war eine überarbeitung der munition nötig das ergebnis war die eine granate mit der bezeichnung 43 22 sie war mit 65 zentimeter deutlich länger als die 43 12 und die war nur 49 zentimeter lang was durch den neuen und größeren raketen treibsatz mit geändertem leitwerk bedingt wurde von diesem abgesehen waren die granaten praktisch identisch damit wird auch deutlich dass entgegen viele behauptungen die munition zwischen rw 43 und rpz b 54 nicht austauschbar waren die 43 22 bestand nun aus der baugleichen hohladung auch wurde der wenig geeignete aufschlag zünder az 50 95 1 beibehalten dieser hatte sich als nicht ideal erwiesen wurde aber aus gründen einer rationalen massenfertigung beibehalten der neue treibsatz bestand aus einem stahlrohr mit 4 cm durchmesser die die sieben brennstäbe aufnahmen sowie dem neuen leitwerk aus sechs finnen und einem umlaufenden ring welcher die finnen schützte der zünder bestand aus einem bakalit stopfen der in die stahlöse geklebt war und einer auf den rand gekrimpten blechscheibe als wetterfestes siegel der eigentlich elektrische zünder lagte aus der vorderseite des bakalit steckers hervor einer der drähte die aus der blechscheibe heraus kam war direkt an das leitwerk gelötet der andere draht ging in ein metallstift der in einem kleinen holzgriff platziert war dieser kleine im leitwerk gelagerte stecker wurde in die auf der waffe befindliche steckdose gesteckt der vergleich zur erstlösung ist hier ein interessantes beispiel für die unterschiedlichen philosophien der ingenieure bei der besucher begnügte man sich ab dem modell am 1 a 1 mit einem am ende blanken zündkabel während man auf der deutschen seite für jede der letztlich über 2,2 millionen granaten ein klein einweg holzstecker fertigte neben der standard granate 43 20 gab es noch unterschiedliche übungsgranaten und reine exerziergranaten die 4 3 2 9 ohne jede ladung die 4 9 9 0 ohne holladung aber mit treibsatz für schießübungen ein wichtiger faktor blieb wie bei der bazooka die temperatur empfindlichkeit des raketenmotors abhängig von der lufttemperatur denn der treibsatz brannte auch hier unterschiedlich schnell ab das hatte verschiedene folgen nicht nur schwankte dadurch die mündungsgeschwindigkeit und damit die ballistik leicht auch bestand durch die unterschiedlichen hohen gasdrücke im rohr die gefahr dass das rohr selbst gesprengt wurde das hatte natürlich schlimme folgen für die bedienung bei sehr niedrigen temperaturen war die verbrennung so langsam dass noch mehrere meter nach verlassen der mündung unverbrannter partikel aus der raketendüse herausflogen und den schützen gefährden konnten um all dem zu begegnen wurden sommer und winter varianten ausgegeben die jeweils nur in bestimmten temperaturbereichen verschossen werden durften der werfer selbst unterschied sich trotz offensichtlicher gemeinsamkeiten stark vom us-vorbild der offensichtlichste unterschied war das deutlich größere kaliber die Wahl eines kalibers von 8,8 cm beruhte schlicht auf der verfügbarkeit der entsprechenden munition wie bereits erklärt war die anpassung der granate 4312 recht einfach und ersparte die entwicklung einer völlig neuen munition ein unschätzbarer vorteil im krieg hier müssen wir gleich einen kleinen aber weit verbreiteten irrtum aufklären das rohr der rp zb 54 hatte einen kaliber von 9,1 cm nicht 8,8 die 8,8 cm werden durch die drei über die gesamte länge in das rohr geprägten längsrillen erreicht diese konstruktion hatte viele vorteile sowie die kontaktfläche zwischen rohr und rakete und damit die reibungsfläche verringert auch wird so eine gewisse toleranz für schwankungen in der fertigung erreicht der größte praktische vorteil für die lanza war wohl dass sich so der reinigungsaufwand verringerte da man schwarzpulver nutzte gab es entsprechend starke verschmutzung die daraus mit denen bei musketen und kanonen aus der zeit der befreiungskriege oder bei den nebelwerfern vergleichbar waren übrigens über die nebelwerfer haben wir auch schon ein video gemacht bevor wir die waffe weiter erklären müsst ihr euch bewusst machen dass diese mehrfach geändert wurde und es neben den hauptvarianten auch viele änderungen gab die durch die truppe durchgeführt wurden teilweise selbstständig aus der erfahrung heraus oder auf befehl dazu kommen noch unterschiedliche in der fertigung bei den einzelnen herstellern somit gibt es eine große vielfalt an variationen unter den erhaltenen exemplaren schauen wir uns die waffe selbst von der mündung beginnend an knapp hinter der mündung saß das korn bzw der kornhalter dieser wurde mehrfach geändert und der sogenannte turm konnte gewechselt werden da es hier entsprechend der granate eine sommer und winter variante gab dahinter kommt an das rohr oder an die unterseite der schutzbügel welcher die mündung schützen sollte das fehlte bei den ersten modellen als nächstes kommt die kimme hier gab es zunächst nur eine einzelne kimme also kerbe diese wurde recht schnell durch ein verstellbares kimmenblatt ergänzt womit das zielen auf panzer in querfahrt erleichtert werden sollte auf der oberseite des rohres kurz hinter der kimme befand sich der vordere riemenhalter für den trageriemen es folgte die handhabe für die unterstützungshand des schützen spätestens hier erkennt man dass die waffe nur für rechtsschützen ausgelegt war die handhabe diente gleichzeitig als eine art erster abzugsbügel sie schützte die spanneinrichtung und konnte als auflagepunkt beim schießen genutzt werden die abzugseinrichtung war der wohl komplexeste teil der waffe auch hier gab es später änderungen zunächst der spanngriff über ihn wurde die feder gelagert und die stoßstange gespannt zur sicherung wurde er über einen federdruckverschluss in den eigentlichen abzugsbügel eingehakt nach dem laden wurde der spanngriff wieder freigegeben und damit die waffe entsichert die betätigung des dahinterliegenden abzuges wurde bei entsichertem spanngriff die stoßstange freigeben welche rückwärts auf den stoßgenerator schlagen sollte in diesem entstand dabei der elektrische zündimpuls vom stoßgenerator aus führte ein durch eine röhre geschützter draht zur steckdose über die der strom bei geladener waffe über den stecker zur rakete gelangt und diese zündet direkt hinter dem stoßgenerator saß die aus flach blech geformte schulterstütze am rohrende dahinter folgte die steckerbuchse oder auch steckdose von hinten gesehen auf der zehn uhr position die dose hatte drei funktionen und drehmann sprechend drei elemente der vordere stift war ein federbelasteter anschlagbolzen er verhinderte dass die rakete während des ladens zu weit ins rohr geschoben wurde wenn die rakete gezündet wurde drückte der endring den stift nach oben weg der zweite stift also kontaktbolzen war ebenfalls federbelastet und angespitzt um beim einschieben den lack der rakete anzukratzen wodurch die rakete geerdet wurde auf diese weise konnte der rückstrom ungehindert zurück zur anschlussdose fließen der erste vom stoßgenerator kommende war mit dem weiblichen kontakt verlötet der den entsprechenden metallstift auf dem hölzernen kontakthalter aufnahm der zweite draht mündete am kontaktbolzen mit dem er ebenfalls verlötet war am rohrende war neben dem schutzkranz die sperre montiert sie wurde beim laden niedergedrückt und verhinderte im anschluss ein herausrutschen der rakete nach hinten der schutzkranz schließlich schützte das rohrende vor beschädigung und diente als führung beim einschieben der rakete das war nun sehr viel technik jetzt kommen wir mal zum einsatz also die panzer schreck im einsatz wenig überraschend macht man in der wehrmacht beim einsatz des panzer schrecks praktisch die gleiche erfahrung wie die us-armee mit ihrer bazooka bereits erwähnt stellte die waffe unter umständen eine reale gefahr für die lanza selbst dar das problem der unverbrannten treibmittelpartikel bekam man nie vollständig in den griff so wurden auch die schützen zunächst angewiesen die gasmaske ohne filter handschuhe und wenn möglich eine kapuze zum schutze zu tragen ein extra gesichtsschutz wie die us-seite entwickelte man nicht vergleich mit der bazooka war sowohl der rück als auch der abgasstrahl bei der panzer büchse 54 um ein vielfaches stärker das lag vor allem an der größeren treibladung der granate 43 22 die mit rund drei kilo gut doppelt so schwer war wie die amerikanische m6 also anderthalb kilo die idee für eine endgültige lösung des problems kam wie so oft aus der truppe selbst dort behalten sich viele einheiten mit selbst gebastelten schutzschilden die hatten sie seitlich an das abschussrohr montiert die improvisation führte zur entwicklung eines einheitlichen und in serie gefährdigen schildes welches zwar effektiv schützte aber zugleich die waffe noch schwerer und unhandlicher machte der schutzschild ist jedoch auch eines der vielen musterbeispiele für die unterschiedliche herangehensweise der deutschen rüstungsindustrie während des zweiten weltkrieges im vergleich zu der in den usa das offiziell ab februar 44 ausgebende schutzschild maß 36 x 47 cm verfügt über eine kleine sichtöffnung für die visierung in die eine glasscheibe eingesetzt wurde an der rückseite befand sich ein staufach für ersatzgläser auf der vorderseite drei sogenannte tarnösen zum befestigen von tarnmaterial im kriegsverlauf ersetzte man das einfache glas durch verbund glasscheiben mit dem schild dabei stieg das gesamtgewicht der waffe auf 11 kilo nach dem beginn der serienfertigung im september 1943 wurden die ersten exemplare des panzer schrecks im oktober in aller eile an die ostfront gebracht wie zuvor beim airwerfer 43 kam auch hier die produktion der munition anfangs nicht hinterher ein problem stellte hier die herstellung und die produktionsqualität dar der ausschuss blieb bei zwölf prozent der granaten bis zum kriegsende sehr hoch aufgrund der temperatur empfindlichkeit des treibsatzes wurden winter und sommergranaten ausgegeben sie durften jeweils nur in bestimmten temperaturbereichen eingesetzt werden für die 43 32 galt sommer minus fünf bis plus 50 und die winter variante minus 40 plus bis plus 30 grad so ist es richtig also waren es schlussendlich die erfahrungen von der front die zu den änderungen an der waffe führten welches am endeffekt nachher in der raketenpanzer büchse 54 strich 1 mündeten die arbeiten an der 54 1 begann bereits ende 1944 der offensichtlichste unterschied bestand in der rohrlänge man kürzte das rohr von hinten auf 1,35 was gleichzeitig gut 1,5 kg gewicht einsparte das gesamtgewicht mit dem schutzschild lag somit wieder bei der ursprünglichen gut 9,5 kg variante auch war die waffe durch den verlagerten schwerpunkt nun deutlich fahriger die 54 1 durfte jedoch nur noch mit schutzschild geschossen werden die neue variante entstand sowohl als neubau bei der industrie als auch durch feldumrüstung bei der truppe wofür bausätze ausgegeben wurden der umbau empfasste insgesamt folgende punkte kürzung des rohres um 34 cm entfernung der schulterauflage wegfall der rohrführung des zündkabels änderung der visiereinrichtung versetzen des hinteren riemenhalters neugestaltung des schutzkranzes versetzen des schaltkastens unter sperre und ein teil des schutzschildes wurde mit einem zusätzlichen handschutz versehen auch hier gab es durch die vielzahl von unterschiedlichen teilen und durchführenden stellen kein einheitliches modell sondern viele kleine unterschiede im detail so sind vom schutzkranz mindestens drei varianten bekannt der versuch die munition zu verbessern kam in form der granate 49 92 welche ein kontaktring am leitwerk besaß und somit das einstecken des holzsteckers überflüssig gemacht hätte trotzdem besaß auch diese version den kleinen stecker die granate kam nach allen bekannten quellen aufgrund von verzögerungen bei der entwicklung der allgemeinen kriegslage nie zur produktion oder gar zum einsatz mit der kontakt zündung war man auf deutscher seite den entgegengesetzten entwicklungsweg der us bazooka gegangen ja dann kommen wir mal zur produktion und dem einsatz die produktion der raketenpanzerbüchse 54 erfolgte nach der entwicklung bei der hasag in leipzig gefertigt wurde in deutschland in polen und auch in böhmen und mehren von 1939 bis 45 also bis kriegsende entstanden nachweislich 314 1895 raketenpanzerbüchsen 54 und 54 1 sowie 2,218 millionen granaten zum vergleich die usa produzierten zwischen 42 und 45 nur 395 tausend bazookas und 15 millionen granaten im einsatz bewährte sich der panzer schreck gut jedoch lag die effektive reichweite mit 100 metern bis maximal 150 metern immer weit hinter den spezialisierten panzerabwehrwaffen zurück dennoch sollte der panzer schreck anders als die panzer faust nicht nur defensiv zur panzerabwehr genutzt werden sondern von beginn an geplant und zusammengefasst zum einsatz kommen jedoch immer nur in der verteidigung beziehungsweise im begleiteten einsatz beim angriff daher wurden im gegensatz zur panzerfaust nicht alle soldaten am panzer schreck ausgebildet zu beginn bildeten man in den infanterie regimentern auf kompanie ebene sogenannte panzerzerstörer trupps mit drei waffen beziehungsweise gruppen mit sechs waffen als transportmittel diente ein infanterie karren lf 8 mit sonderaufbau für sechs rohre und 30 schuss da wurden später auch die rückwärtigen einheiten mit dem panzer schreck ausgestattet dort wurden sie jedoch wie die panzer faust als reine verteidigungswaffe eingesetzt die ausstattung der infanterie in den panzer und panzergranatier division mit panzer schreck war anfangs ausdrücklich nicht vorgesehen man war der Meinung dass diese formation über genügend organische mittel zur panzerabwehr bzw panzerjagd verfügten dennoch beschafften sich panzergranatie einheiten ebenfalls die waffe welche man ihnen später ohnehin zugestand nach ersten erfahrungen wurden die waffen und das ausgebildete personal in panzerjäger kompanien der regimenter zusammengezogen mit einer soll ausstattung von 72 rohren sowie größeren mengen an panzerfäusten und anderen kampfmitteln waren sie für die panzerbekämpfung gut gerüstet doch fehlte es meist an der nötigen mobilität um schnell zu den bedrängten stellungen im abschnitt des regimentes zu gelangen noch ende 43 stellte man die ersten panzerzerstörer bataillone als selbstständige heeres truppen auf sie umfassten drei kompanien und einen kleinen batalionsstab teilweise mit kfz ausgerüstet sollten sie mit ihren 162 rohren den armeen und heeresgruppen als schwerpunkt waffen dienen um die sowjetischen panzerkeile zu stoppen die sich 1944 stetig weiter nach westen schoben der erfolg war jedoch sehr wechselhaft und von vielen faktoren abhängig wie ein bericht des panzerzerstörer bataillons 477 zeigt dass im januar 44 im raum leningrad mit 50 mann und 20 waffen nur fünf feindpanzer zerstören konnte der kommandeur retterkreuz träger hauptmann edler von der planetz erklärte dass dies nicht auf schwächen der waffe zurückzuführen sei sondern auf die umstände des einsatzes so wäre die masse der feindpanzer bereits weit außerhalb der reichweite des panzerschrecks durch eigene panzer sturmgeschütze und pack vernichtet worden wie alle panzerabwehrwaffen kurzer reichweite war auch der erfolgreiche einsatz des panzerschrecks von den äußeren bedingungen abhängig wichtig war hier ein panzer ungünstiges gelände und eine möglichst geringe deckung durch die feindinfanterie grundsätze die bis heute gelten es folgten noch selbständige panzerzerstörer kompanien bespannt also im pferdezug als mobile einheiten sie kam aber hauptsächlich bei der verteidigung von schlüsselstellung und verkehrsknoten zum stationären einsatz die granadiere den panzer und panzergranadierdivision erhielten letztendlich kaum panzer schreck auf dem offiziellen dienstweg dafür jedoch ein soll bestand von 1000 bis 1500 panzer fäusten bei der luftwaffe kam die raketen panzer büchse 54 vorwiegend bei den fallschirmjägern zum einsatz so da müssen wir noch mal einen kurzen blick auf den transport der waffen und munition richten wie erwähnt gab es für den transport des panzerschrecks und der munition bei der infanterie einen aufsatz für den allgemeinen lf-8 das entgegen der offiziellen vorgaben auf panzergranadie einheiten gepanzerte also auf spw sonderkraft z 251 halb kette die waffe zu nutzen wird durch die installation von halterungen an den spw belegt trotzdem war das gängigste transportmittel für das gerät sicherlich die schulter der lanza für die granaten gab es den transport koffer holzkasten in dem sie ausgegeben wurden weiter sollten durch die truppe tragegestelle gefertigt werden welche mit der rückentrage 42 kompatibel sein sollten durch die herstellung bei der truppe gab es keine einheitlichkeit und es wurden vermutlich nur recht wenige hergestellt ein bekanntes unikat stellte die zu panzerjäger brenn 731e auf basis von erbeuteten brenn carrier da im internet wird stellenweise behauptet die drei werfer wären fest montiert gewesen das ist falsch diese fahrzeuge dienten nur dem transport von waffen munition und bedienung dann haben wir nochmal die sondervarianten also parallel zur fertigung und nutzung des panzerschrecks gab es versuche ein nachfolgemodell zu entwickeln so etwa die raketenpanzerbüchse 54 2 sie kam aber über das prototypen stadium nicht hinaus es sind keine bilder oder zeichnungen erhalten geblieben der einsatz eines prototyps wird in einem bericht ende 44 erwähnt die waffe sollte mit 110 cm kürzer und mit nur 7,5 kg leichter sein als die 551 weiter war angeblich ein spannabzug verbaut was das vorspann und den spannhebel überflüssig machte auch hoffte man wohl durch das gleiche kaliber den gefechtskopf der ebenfalls in der geplanten panzerfaust 150 nutzen zu können gegen ende des krieges waren rohstoffe knapp was zu vielen versuchen mit ersatzstoffen führte dazu zählten versuche an der ss waffen akademie in brünn mit prototypen einer ersatzraketenpanzerbüchse die bezeichnete variante mit einem rohr aus pressstoff also presspappe so hätte man 5,5 kg metall einsparen und das gesamtgewicht um zwei kilo reduzieren können auch das blieb ein versuch sondern kommen wir noch mal zur wanze also der panzerjäger auf borgwart b4 anfangs 45 erging durch die inspektion der panzer truppe die forderung nach einer kleinen und leichten panzerjäger variante dieser sollte bei geringer größe waffen wie die panzerfaust und die raketenpanzerbüchse 54 beweglich machen um die panzerabwehr im rahmen der schweren häuserkämpfe die bereits in vielen städten im reich tobten zu verstärken auf basis ungenutzter ladungsträger b4 entstand bei der panzerersatzerteilung 5 in neuropin ein leichter panzerjäger dessen bewaffnung aus der raketenpanzerbüchse 54 panzer schreck ofenrohr bestand aus sechs stück und die wurden in einem primitiven mehrfachwerfer zusammengefasst und auf die fahrzeuge montiert abhängig von der genutzten ausführung b oder c war der werfer rechts oder links neben dem fahrerplatz montiert insgesamt 56 dieser umbauten sollen entstanden sein über den einsatz ist nur wenig bekannt und durch quellen belegt es gibt einen bericht im endkampf um berlin hier angeblich durch die reste der 11. ss panzergranadierdivision nordland die im bezirk berlin-mitte kämpfte sowie die sogenannte erste panzervernichtungsbrigade hitlerjugend so und um den ganzen mythos mal zu beenden und über auch die namen und spitznamen zu erklären gehen wir da auch nochmal drauf ein also über die bezeichnung der waffe gibt es viele missverständnisse und mythen darum hier einmal der reihe nach zunächst lautete die vom heereswaffenamt zugeteilte gerätenummer 88 cm raketenpanzerbüchse 60 30 bzw 88 cm r pzb 54 diese bezeichnung wurde ausschließlich für die entwicklung und produktionsplanung genutzt gleichzeitig mit dem tarnnamen erntekranz zum ende der entwicklung tauchte erstmals das wort ofenrohr auf bericht des panzeroffiziers im generalstaat des järes vom zehnten 48 heißt es die r pzb 60 30 ofenrohr wird sehr für die truppenerprobung an die front geschickt als nächstes folgt die bezeichnung panzerbüchsen 43 in einem bericht vom 8.1943 lesen wir 88 cm raketenpanzerbüchse 43 ofenrohr in der ersten beschusstafel vom 30.1943 lautet die bezeichnung 88 cm r pzb 54 am 29.1143 wird der name panzer schreck durch hitler offiziell angenommen die bezeichnung ofenrohr wird aber weiterhin parallel genutzt so merkblatt 77 2 88 cm r pzb 54 in ofenrohr vom 7.1243 im handbuch d 1864-1 vom 7.644 wird panzer schreck erstmals offiziell genutzt beide spitznamen waren somit kein lanzerjargon sondern offizielle bezeichnung der einzig belegte echte spitzname dürfte damit für die 54 1 gewesen sein ofenrohr kurz oder panzer schreck kurz schrecklich Vielen Dank.